Willkommen zu einem neuen Max2Play Video. Heute zeige ich euch, wie ihr Max2Play das erste Mal startet und welche Einstellungen ihr zu Beginn vornehmen könnt. Vorher solltet ihr sicherstellen, dass ihr bereits eine MicroSD-Karte mit dem aktuellen Max2Play Image gebrannt und einen Raspberry Pi samt Soundkarte, Netzteil und LAN-Kabel vorbereitet habt. Ist das der Fall, könnt ihr den Pi mit der Max2Play SD-Karte starten. Nach kurzer Zeit sollte das Gerät dann im Netzwerk erreichbar sein. Gebt nun auf einem Gerät im Netzwerk in einem Browser eurer Wahl Max2Play Slash ein, um das Max2Play Webinterface zu öffnen. Wenn ihr die Web-Oberfläche von Max2Play zum ersten Mal aufruft, erscheint dieses Menü. Hier könnt ihr, sofern ihr eine Head-Soundkarte auf den Pi gesteckt habt, den Hersteller eurer Soundkarte wählen. Ich habe auf unser Testgerät zum Beispiel einen HiFiBerry Duck 2 Pro gesteckt und wähle demnach HiFiBerry. Nun wurde für uns schon mal die eigentliche Startseite von Max2Play mit dem HiFiBerry Plugin ausgetauscht. Die zwei Seiten unterscheiden sich aber kaum. Der einzige Unterschied ist, dass sich beim HiFiBerry Plugin und auch bei allen anderen Hersteller-Plugins hier oben die konkrete Soundkarte auswählen lässt. Da ich wie gesagt eine HiFiBerry Duck 2 Pro Soundkarte habe, wähle ich sie hier im Dropdown-Menü aus und klicke auf Speichern. Jetzt wird die Soundkarte automatisch eingerichtet. Anschließend müssen wir das System noch einmal neu starten, damit die Änderungen auch wirksam werden. Um zu überprüfen, dass die Soundkarte korrekt erkannt und eingerichtet wurde, gehen wir nun zum Reiter Audio Player. Hier sollte im besten Fall der Dienst SqueezeLight bereits laufen und in den erweiterten Optionen SysDefault mit dem Kennzeichen unserer Soundkarte ausgewählt sein. Die ersten wichtigen Schritte, Max2Play einzurichten, sind damit schon mal getan. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ihr eure Max2Play Lizenz aktivieren könnt.